Es ist absolute Zeitverschwer... Ein paar Schüsseln, ein Zerb... Da schmeiß ich ein... Irgendwo haben wir da irgendwas wiedersehen... Ich hol es, wenn ich es brau... Hier sitze ich abends, beziehungsweise... In letzter Zeit ist... Der Eimer ist mit... Was gibt's, Olaf? Ich hab keine Ahnung... Ist die Maske inzwischen einsatzbereit? Unsinn! Es dauert seine Zeit... Bis man diesen Gestank da rausgewaschen hat... In Ordnung, dann komme ich später nochmal... Bis später! Bis später, Peter! Hm... Hm... Der alte, unbenutzte Brunnen... Was gibt's, Olaf? Weiß ich nicht... Ist die Maske inzwischen einsatzbereit? Unsinn! Es dauert seine Zeit... Bis man diesen Gestank da rausgewaschen hat... In Ordnung, dann komme ich später nochmal... Bis später! Hm... Der Besen ist aus Haselzweigen... Hm... Re... Hm... Da geht es zu... Hm... Das ist jetzt nicht gerade ein... Hm... Ja, der ist kaputt... Das ist ein Trog... Das ist hier... Leckt mich fett am Arsch... Dann nochmal in den Sumpf... Irgendwas blinzelt da drin... Er hat kräftige Wurz... Der wächst hier überall... Sicher nur die... Ich hoffe, ich muss nicht ins Was... Hier wimmelt es nur so... Hier wimmelt es nur so... Ich hoffe, ich muss nicht in... Das nenne ich eine ungesunde Farbe... Hier wimmelt es nur... Es ist in einen Stein eingeritzt und... Der wächst hier überall... Irgendwas blinzelt... Er hat kräftige Wurzeln... Ja, da können wir nur den Sumpf verlassen... Da geht es nur in den Sumpf... Fahrt und... Sonst nichts... Ich hab ja irgendwie das Gefühl, wir müssen aus- und aufräumen... Aber... Der will ja nicht abspülen... Und ich wüsste nicht, wo wir hier jetzt irgendwie noch dreckiges Geschirr finden sollten... Ich klicke hier einfach nochmal alles an... Masek... In... Masek... Den... So, ein paar Mal... Den... Den Zaun... Das ist... Da... Das... Den hol... Den hol... Den hol ich weg... Hier bezie... Hier sitze ich ab... I... Im Moment ist... Ich hol... Ich hol es wenn... Trotz... Trotz der Dür- Der einmal ist mit... So, jetzt haben wir hier draußen alles 50 Mal an... Der einmal ist mit... Der einmal ist mit... Der einmal ist mit... Geben wir in die Hütte... Wir klicken hier nochmal alles 50 Mal an... Ich habe keine... Ich... 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 Ich habe keine Zeit. So. Ja, so, genug geschlafen. Das ist aus Kiefernholz. Wenn Alia hier einzieht, mache ich... Ja, ja, ja. So. Ja, 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 ja. Da gehören das Federbett... Ja, 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 ja. Da gehören das... Ja, 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 ja. Da gehören das... Ja, 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 ja. Die ist von meiner Mutter. Oh, wie süß. Gehen wir da nochmal hin. Haben ja nichts Besseres zu tun. Ein alter zerbrochener Krug. Können wir den nicht mit abspülen? Pack mal hin und spülen wir mit ab. Die ist schon offen. Die ist schon offen. So, jetzt haben wir das auch. Wenn der See im Winter zu... Ja. Wenn der See im Winter... Ja. Wenn der See im Winter... Ja. Nehmen wir die Bücher angucken. Das sind hauptsächlich Lexika und Re... Ja. Das sind hauptsächlich Lex... Ja. Nehmen wir das Geschirr. Ein paar Schüsseln. Ja. Ein paar Schüsseln. Ja. Keine Zeit aus dem... Ja. Keine Zeit aus dem... Ja. Es ist absolute Zeitverschwendung, nach jedem Essen zu spülen. Viel besser, man wartet, bis es sich... Du hast hier nur Müll auf dem Tisch spülert mitabfelt. Was soll der... Krampf. Da schmeiß ich eigentlich immer... Da schmeiß ich eigentlich... Da schmeiß ich eigentlich... Da schmeiß ich eigentlich... Ja, da schmeiß ich mich eigentlich weg vor Lachen, weil hier nichts funktioniert. So, jetzt haben wir hier doch auch alles angeklickt, ne? Das... Was? Das wäre völlig... Achso, ja, ja, magische Klinge und so. Mein... Ja, ja, ja. Mein Messer hat ein... Ja, 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 ja. Ich klicke jetzt einfach... Alles durch. Was... Natürlich absoluten Nussing bringt. Dann nochmal mit Rechtsklick. Achso, da öffnet er das. Nach dem, was hier steht, sind artorianische Äpfel nichts anderes als die guten alten Schnappel. Nach dem, was hier steht, sind artorianische Äpfel nichts anderes als die guten alten Schnappel. Irgendwas fehlt hier noch. Ja. Mein Schleifstein. Den benutze ich nur noch selten. Das Rad ist alles, was von unserem alten Karren übrig geblieben ist. Wenn ich es brauche, weiß ich ja, wo ich es finden kann. Das ist der Eimer, in den ich normalerweise meinen Fang werfe. Das ist Öl für die Messerpflege. Es ist scharf geschliffen, perfekt ausbalanciert und sieht hübsch aus. Die perfekte Waffe. Es ist absolut... Ein paar Schüsse... Warum können wir die Kamen nicht mehr anklicken? Ist das ein Bug? Ist das hier total verpackt? Ist das unspielbar verpackt oder was? Hm. Damit sind wir сегодня fantastisch. Das ist es, aber nicht aufgebenden. Ähhhh... Ähh... So, wir sind hier jetzt eigentlich den ganzen Bildschirm abgegangen. Boah, ist schlimmer als ein Wimmelbildspiel war, ich schwör. Hier kommen wir jetzt auch noch zu hin, ne? Ist ja nur da, wo rot ist. Hier war noch mal zum verfickten Gasthaus. Ich hatte der Witwe des Müllers, wenn ich hier jetzt welchen... Ja, wissen wir. ...die Tür zur vollgeramschten Abstellkammer. Ja, in dem Jahr habe ich Alia einen neuen Pelz machen. Ja, schön. Pelz ist Mord, du Wichser. Der ist kaputt. Der Brunnen wird eigentlich nie benutzt, weil Masek hat ihn vor Jahren an... Ja, da können wir auch alles... Ja, 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 ein hölzerer Talkshow in die Pferde der Gäste. Mit der Kette können wir auch nichts machen. Hier haben wir ja soweit auch alles. Der Besen ist aus Haserzweigen. Das ist vom Frühstück. Reste vom Frühstück. Sonst haben wir hier nichts. Knoblauch, Katzenmelz, Treppen. Da geht es zu den... Ja, und du gehst nicht, also ist da wahrscheinlich auch nichts interessanter. Das ist Maseks Mör... Ja, der Mör... Das ist Mase... Das ist jetzt nicht... Das... Er ist ein alter Geist. Ich mag ihn trotzdem. Was gibt's, Olaf? Ist die Maske inzwischen einsatzbereit? Unsinn. Es dauert seine Zeit, bis man diesen Gestank da rausgewaschen hat. In Ordnung. Dann komme ich später nochmal. Ist die Maske inzwischen einsatzbereit? Unsinn. In Ordnung. Bis später. Hilfe! Hilfe! Ich hab' alles angeklickt, mit rechts, mit links, doppeltreffend, vierfach, fünffach. Ist das möglich, dass bei dem Spiel, wenn man irgendwo mal Fehler gemacht hat, dass man dann nicht weiterkommt? Oder ist das einfach nur verpackt? Oder ist das einfach von Grund auf dem Scheißspiel? Nach dem, was hier steht, sind artorianische Äpfel... Nach dem, was ich... Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Das gibt's nicht. Gib mir jetzt die Maske. Was gibt's, Olaf? Ist die Maske inzwischen einsatzbereit? Unsinn. Es dauert seine Zeit. In Ordnung. Bis später. Bis später. Alter. Tja, gleich laufe ich hier Amok. Jetzt sind wir wieder hier und genauso schlau wie vorher und langsam aber sicher verliere ich die Lust an diesem Spiel. Und das liegt irgendwie nicht an den Rätseln oder so, sondern einfach daran, dass ich mittlerweile glaube, dass das hier verpackt ist. Weil den Krug, den wir hier genommen haben, hier diesen Krug, wo wir den Luftstoff jetzt drin fertigen, der stand hier auf dem Tisch, aber wir haben den nicht gesehen. Der hat den einfach genommen, hier stand aber kein Krug. Das ist ja nicht normal. Oh komm, nimm die Axt und hack dir selbst den Kopf ab, ey. Und das können wir auch nicht mehr anklicken, da ist die Speisekammer, da müssen wir hin, können wir nicht mehr anklicken, was soll das? Geschirr können wir nicht abholen, wir haben aber nichts, um da jetzt geschirrt, der wäscht halt einfach nicht die volle Sohn. Wir sind jetzt mal, das ist ein Teller, das merkt nicht, das lohnt nicht. Also ich brech da jetzt erstmal ab, ich guck mal im Internet, ob ich da irgendwie eine Lösung finde, das mach ich zwar nicht gerne, aber anders schmeiß ich eigentlich immer weiter. Und ja, wenn ich in der Lösung dann nichts finde, dann war das jetzt auch der letzte Teil hier, ich spiele das ganz bestimmt nicht nochmal von vorne. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich weit sind, aber da, ne, echt nicht wahr. Also eventuell bis bald oder auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ciao.